Einfach hauen ist halt leider nicht die Lösung, weil nur der Kopf oder der Schwanz hittable ist, was ziemlich nervt. Okay. Das will ich nicht. Du, ich bin eh gefickt, weil ich nur noch zwei Charaktere hab. Und der beste Charm-Game ist da halt nicht bei. Das Spiel ist halt immer so, dass wenn du nicht alle viel Charf hast, ist es halt einfach ridiculisch schwer. For no reason. Er ist halt nicht mal schnell genug zum Weglaufen. Robert ist einfach lächerlich. Robert ist einfach. Das ist nicht mal ein Char. Das ist eine Krankheit. Bitte komm von oben. Okay, er beißt zu. Oh ja, gut zu wissen, dass wenn du auf der Seite stehst, dass er zubeißt. Ich brauch halt meinen Demon-Ding. Das ist kein Demon-Ding. Aber ich glaub zumindest, ich weiß, wie ich's jetzt machen kann. Ich darf halt nur nicht in die Lava dodgen. Na, das ist der Full-Hill war klar, weil ich Game Over gegangen bin. Kommt er jetzt hoch? Okay. 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 Die Vistling ist tot. Äh, hallo, du hast kein Leben mehr. What the fuck? Netter Versuch. WTF, ey? Mach nochmal, ich war nicht da. Actually, wär das diesmal kein Problem. Weil ich jetzt weiß, wie der Boss funktioniert. War ja viel zu leicht. Ja, total. Oh, come on. Ich bräuchte Leben. Ich bräuchte Leben. Für das bisschen Mana hat sich das halt gar nicht gelohnt. Ich warte. Der ist nur fucking Level-Select. I'm sorry. Mimic out of ten. Mimic out of ten. Das kann Robby halt. Aus Entfernung shit snipen. Das war's. Oh, ich bin zu duff zum Springen. Nice. Äh, ein Charakter, Ripp. Aber ich hab ja noch Robby. Ist ja alles gut. Natürlich. Natürlich. How about I'm fucking out on here huh, how about that one, yeah thanks. Hallo großes Dämonenschwert. Äh, wie soll ich da hochkommen? Achso, ja ihr bleibt da stehen und macht Pram. Ja, cool. Mhm, sicher. Ich würde echt gerne einen Checkpunkt erreichen irgendwie. Okay. Das ist wieder so ein Arschloch Level S. Okay. Okay. Ist das ein fucking HP ab, wo du nur mit Robby rankommst? Äh, beziehungsweise ein fucking Damage ab. Das ist ein Witz. Das ist wie Lamulana. Okay. Okay, hier hoch. Auf der Suche nach einem Checkpunkt. Checkpoint! Äh, okay. Äh, okay. Jetzt kommt man übrigens auch mal wieder mit Robby. Das Spiel versucht doch unbedingt die Robby auf... Was bist du? Du bist ein Speer. Okay. Ja. Äh, okay. Ja. 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 Ja, ja. Das ist das. Ja ... Ja. Ja, ja. Geht doch nichts über eine Taste, die dich unverwundbar macht. Die nicht funktioniert. Okay. 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 Das Spiel weiß halt, wer die guten Schar sind. Bist du dir da so sicher? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ich soll da rüber. Keiner meiner Chars kann so hochspringen. Sure. Sure. Ich hinterfrag's einfach gar nicht. Und weißt du? Da war einmal, ne? Da gab's halt ein Moment, wo Robby hätte grenzen können. Einen Moment. Und er fehlt. So gehört sich das halt. So kennen wir ihn. Unseren Robby, der einfach nichts geschissen kriegt. Ich soll nach da oben. Ja, klar. Moment, ich erfinde eben Jetpacks. Weil dat Vieh sieht ja lustig aus. Hm. Hm. Things, I guess? Okay. RoboSmash hilft gegen alles. Ach so, cool. Jetzt könnt ihr schon springen. Ich will nicht mit den Spielen, die nerven. Ich will nicht mit den Spielen, die nerven. Ich will nicht mit den Spielen, die nerven. See ya. Checkpoint. Fuck. Oh, come on. Ich kann mich nicht im selben Frame umdrehen und springen. Problematisch. Okay. Das ist ein bisschen tight, oder? Und das war mit Damage-Buff. Okay. Wie wirst, wenn du dich ficken gehst, spiel. Ohne Scheiß. Was? What the fuck? Deine Zeit zu glänzen, Robby. Mit deinem nicht vorhandenen Schaden. Gut Job, Robert. Gut Job. Du bist so nutzlich. Du triffst doch einfach die Lampe. Danke. Ich muss warten, bis das Ding respawnt. Ich will das garantiert nicht einsammeln. Was? Er ist so nutzlos. Ich hasse ihn. Wie viele Damage bräuchte ich denn, damit Robert auch nur ansatzweise funktioniert wie ein Charakter? Jetzt mal ehrlich. Oh, das macht den Raum natürlich jetzt viel einfacher, wenn 4000 Viecher durch die Gegend eiern. Okay, das Spiel will, dass ich oben lang gehe. Das habe ich gerade verstanden. Oder zumindest, dass das hier ein massiver Shortcut ist. Ja. Das einzige was hier noch gut ist, ist einfach nur der Speerblödsinn. der hat eigentlich ab und zu mal einen Gegner trifft. Ich habe einen Raum gefunden, wo er nützlich war. Selten. Aber soll vorkommen. Oh Gott, zwei Räume hintereinander. Was ist denn los? Ist das Robbys Redemption Arc? Okay. Wo ist dein Schwachpunkt? Okay. Wo ist dein Schwachpunkt? Ich bin so confused. Was möchtest du von mir spielen? Ach, ich kann auf dir draufstehen. Ah, okay. Okay, okay. Ich verstehe. Wo ist dein Schwachpunkt? Doch. Wo ist das? Oh Gott, ne? Okay. Okay, das ist weißt. Let's go. Okay, das ist ein Studi. Das ist ein Ausbremium. Okay, das war kein Beidegern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achso, dann respawnt einfach alles, ja cool Wenn du einmal hier unten stehst, bist du halt total gefickt Ja, Chad, ich bin in die Schlange gesprungen Ja, ich bin in die Schlange Okay Jetzt wie ich weiß, wie er funktioniert, sollte das kein Problem sein Ich meine, jetzt spawnt er auch nicht mit Full Life Wow, er ist so tot Außer er ist ein Arschloch und steht Ewigkeiten weg Ja, nice, cool Ich konnte halt nicht drüber sprengen Vielleicht wird er doch Robby's Redemption Arc Unlikely, aber es könnte passieren Kommt ein bisschen drauf an, ob er jetzt wieder ein Arschloch ist und bald weg steht Ihr kriegt jetzt mehr Leben als letztes Mal Danke Ja, shit Guck dir, Robby's Schaden Nicht vorhanden Nicht vollkommen, ob das war Yay Gott, wie viele Stages hat das Game Das ist ja absurd Ich glaube das, was ich unterschätzt habe, ist einfach, dass die Speere von ihm Ach du scheiße Du kannst ja doch nicht drehende Plattformen einbauen Was ist das, fucking Clock Tower? Please kill me Wobei ich hab'n Char, der hovern kann Von daher Smash Fuck, ich muss da rüber All defense up Und ich muss da rüber Ich weiß, was ich habe Ich weiß, was ich habe Und ich habe Ah, come on. Fick dich, Spiel. Fick dich. Natürlich reicht das nicht. Natürlich. Oh, Gott. Und cooles Spiel. Kann ich einfach hier drauf stehen bleiben? Nein, kann ich nicht. Da.